Guten Morgen, Sissach. Na, so früh noch nicht wirklich unter Strom? Wir schon. Aber wir heißen ja schließlich nicht rein zufälligerweise Elektra-Sissach. Denn wir sind bis über die Ohren hinaus vollgepackt mit allem, was es für Strom braucht. Also, auf geht's! Werden wir auch heute unseren guten Namen mehr als gerecht. Wir sorgen mit unserem Team-Einsatz und Know-How für die reibungslose elektrische Energieversorgung im Alltag der Sissacherinnen und Sissacher. Und erleichtern selbst, so herausforderndes wie jeden Morgen voller Elan in den Tag aufzubrechen. Und was wir den ganzen Tag so machen? Zum Beispiel Stromkabel und Rohrtrassen verlegen. Bis heute stolze 120 Kilometer. Mit einem hervorragenden Fingerspitzengefühl bei Organisation und Timing. Und mit dem Bau von unzähligen Trafustationen und Verteilkabinen. Sorry Donnie! Sorry Donnie, stopp! Achter bots Beczein Mal- LOVE Du wirst Um Ihnen einen möglichst pannenfreien Alltag zu bieten, wird unser komplexes Netz nicht nur regelmäßig kontrolliert und unterhalten, wir bauen es auch laufend aus. Und falls einmal etwas nicht genauso vorbildlich funktionieren sollte, wie es gedacht war, sind wir schnurstracks vor Ort und ersetzen den Übeltäter ruckzuck. Und Ihren Router übrigens auch. Unkompliziert bei uns im Shop. Ach, und dann erschließen wir die Region ja noch mit einem topmodernen Glasfasernetz und kollekten sie so via Highspeed-Verbindung spielend mit der ganzen Welt. Bei so viel Verantwortung für das Wohlergehen unserer Nachbarinnen und Nachbarn sind wir froh, dass wir bereits über 100 Jahre Erfahrung mitbringen. Und ein topmotiviertes Team. Was habe ich gesagt? Gehen Sie also getrost wichtigeren Dingen im Leben nach. Messen hier. Messen da. Wir stellen derweil Ihre Versorgung mit nachhaltiger Energie sicher. Mit Sonnenstrom aus Sissach zum Beispiel. Und mit Strom aus Schweizer Wasserkraft. Egal. Jetzt machen wir alle erst mal Feierabend. Geschehe, was wolle. Die weiteren Aussichten Bevölkerung zurückgang, aber noch kühl. In den Dossen wird langsam die liebste Haus. Ein Moment, ein Moment. Ein Moment. Sieht der Rau, Schadot! Sieht der Rau, Schadot! Sieht der Rau hier! Also, schlaf gut, Cesar. Bis morgen früh wieder.